Damit wir keine Ahnung was machen können. So, ich muss mal eben ganz kurz gucken, denn das Problem ist eigentlich gerade, dass ich es nicht lösen kann, weil ich dafür die Aufnahme beenden müsste, weil ich in Taskmanager rein muss. Und wie öffnet man den Taskmanager? Mit Steuerung halt und entfernen. Na komm schon, so. Ja komm, den lass ich da erstmal stehen. Warum muss da eigentlich immer noch irgendwo ein so ein oller Holzklumpen rumhängen? Huah, schade. Hätte ja klappen können. So mit irgendwelchen Ninja-Skills. So, aber die Bäume sind ja zum Glück nicht allzu hoch. Ja, sagt der und schon muss er noch einen zweiten Erdblock setzen. So, hier muss das doch eigentlich jetzt mal ohne Probleme gehen. Jaaa. So, den Wald müssen wir dann auf jeden Fall später wieder aufforsten. Ich habe jetzt gerade ein paar Performance-Probleme, weil der Dienst im Hintergrund immer noch läuft und mir deswegen einiges an Leistung klaut. Wie gesagt, ich hänge am oberen Ende gerade. Deswegen kann es sein, dass es so ein bisschen hakelt. Naja, vielleicht nehme ich die Shader auch irgendwann wieder raus, obwohl das sehr schade wäre, weil ich dann mit einer anderen Aufnahmetechnik aufnehme. Und die ein bisschen ressourcenlastiger ist allerdings wird dann, werden dann die Videos um einiges besser. So. Wollen wir nun wieder ein bisschen Erde hinzufügen. So, quasi hier. Dann haben wir nun hier mehr oder weniger eine ordentliche Fläche, in der wir dann diese Seite hier anpassen können. Und jetzt wird mir keine Rechtfertigung mehr ein. So. Muss ja nicht überall sein, das können wir quasi jetzt auch erstmal schon wieder lassen. Ich will nur eben hier noch die Steine rausruppen. Hui. So, damit das hier ein bisschen besser aussieht. So. Machen wir einfach schön in regelmäßigen Zweierabständen und dann gucken wir mal, wo noch was hin kann. So. Hier zum Beispiel und hier. So. Haben wir ein bisschen was ruhigeres. Schon sieht's natürlich aus. Naja, jetzt vielleicht. Am liebsten würde ich ja eigentlich immer tags haben, wenn man dann hier besser zu Potte kommt. Ich habe mir übrigens das mit den Baracken und alles angesehen. Das ist relativ einfach. Meiner Meinung nach. Das Problem ist, dass man dafür immer mit Schwierigkeitsgrad spielen muss und ich glaube, den stelle ich eben mal aus. Weil wir jetzt hier wirklich relativ lange am bauen sind. Habe ich Fackeln dabei? Nein, habe ich nicht. Habe ich Kohle dabei? Nein, habe ich auch nicht. Ja, das ist toll. Heißt, ich werde gleich eh zurückgehen, aber dann werde ich eher Fackeln mitnehmen. Was ich auch schön in der Nacht durchschuften können. Beziehungsweise sind nicht während des Baus haben, sonst ein Creeper wieder alles in die Luft jagt. Was doch ein bisschen ärgerlich wäre. So, wollen wir einfach mal hier ein bisschen Zeug ran klatschen, weil wir es können. Ah, jetzt wird es langsam zu dunkel, weil es draußen zu hell ist. Gut, dann will ich eben einmal ganz kurz zu unserem Lagerhäuschen zurückgehen oder unsere Lagergrube neben der Schmiede. Denn unser Lager ist ja eigentlich relativ klein, muss man dazu sagen, aber das ist eigentlich dafür auch relativ gut. Denn so ein riesen Lager brauchen wir nicht, weil wir eh unsere Rohstoffe relativ schnell wieder ausgeben. So, in dieser Baustelle meine ich eigentlich, dass wir hier ein bisschen was weg machen müssten. So drumherum, ganz leicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, na, 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 na. Was ist denn das? In diesem perfekten Weizenfeld. So, ich wollte Fackeln holen. Habe ich hier vielleicht ein paar Fackeln drin? Nö. Habe ich überhaupt noch irgendwo Fackeln hier? Bisher sieht es nicht so aus. Ich wüsste auch nicht, wo ich hier sonst hingepackt hätte. Nope. Nope. Also gut, ich glaube nicht, dass wir hier Fackeln finden werden, abgesehen von den Redstone Torches. Also werden wir doch nochmal ein bisschen rüber pilgern müssen. Oh, da hätte ich gerade noch eine Idee, dass man sich hier den Karren rufen kann mit so einem Knopf. Fällt mir nur gerade so ein, das wäre ja jetzt gerade sehr hilfreich gewesen. Ich meine, wir können genauso gut auch jetzt gerade laufen, aber mit dem Karren und so ist doch gar nicht schlecht. Müssen wir nur wieder eine Wand aufreißen. Na ja, Schafi, ich muss ja noch einen Schock weg, höher. Weil da ja ein paar Drohnen sind. Pferdelding haben wir jetzt ja auch neu. Ich muss mich erst mal wieder dran gewöhnen. Schild, ein bisschen Zeug, Öfen. Pferde ist sogar mal aufgeräumt. Okay, wir haben hier keine Fackeln. Heißt, wir müssen uns rein theoretisch ein paar Fackeln machen. Okay. Ah, ich bin einfach zu schlecht zum Springen. Oh, das Loch hier kenne ich gar nicht. Was haben wir denn hier so fein? Wir hätten hier sogar einen wunderschönen Eingang in eine Höhle. Gefällt mir, gefällt mir. Deswegen wollte ich sowieso generell ein bisschen tiefer machen. Weil es irgendwie gerade so ein bisschen... ...woah... ...so künstlich aussieht. Hallo Schafi. Erdblock voll daneben gesetzt. So, hier scheint irgendwann mal ein... ...Typ durchgegangen zu sein. Also von der Kolonie, weil die... ...diese, sagen wir mal so, die spawnen lassen. Ach, man könnte schon meinen, dass es natürlich wäre. Ja, ja, Moku. Muck hier nicht auf. So, da wären wir wieder... ...wären wir wieder angekommen. Sollen wir das jetzt wegmachen? Und den hier auch. Dann sieht das wieder viel zu künstlich aus. Machen wir es doch lieber so. So, das sollte ich hier erstmal reichen. Wir brauchen einen neuen Stack Erde. Das soll mal hier so ein bisschen... ...weiter auslaufen. Und haben wir nachher weniger Arbeit. Das könnten wir rein theoretisch noch mit Stein... ...das tun wir sogar. So, dass wir ein bisschen mit dem Stein auffüllen. Damit die zumindest aus dem Inventar raus. Und auch ein bisschen Erde gespart. Denn es gibt nichts Wichtigeres als Erde. Abgesehen vielleicht vom heißen Wüsten... ...Sand. Oh Gott, weg 3. Freue ich mich auch wieder bald auf eine Aufnahme. Weil ich jetzt so und so viele tausende von Folgen im Voraus mal aufgenommen hatte. Und einfach meistens viel weiter war. Und das sind jetzt glaube ich nur noch knapp 10 Folgen. Also ich glaube ich war jetzt 2 oder 3 Monate im Voraus zum Teil. Weil die Folgen eben nur alle 2 Tage höchstens raus kamen. Ich muss eben ganz kurz den Baum hier weg machen, weil ich es kann. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen wieder was wegkloppen. Ich hab dir nie mal gesagt, dass das Ganze einfach wird. Ich mein, das wird nie wirklich natürlich aussehen, solange wir das nicht durch den Wald kaschieren. Hehe. Eben weil jetzt hier so eine riesige Ebene ist. Naja. Verdammt, mein Plan geht nicht auf. Weil ich gegen Horst bin. Egal, dann hau ich die untere Ebene hier auch nach eben weg. So. Dann werden wir hier mal eben... Opsa. Ja, sterben wir einfach mal, weil wir gegen einen Kaktus rennen. Vermute ich einfach mal, dass das der Fall ist. Denn... Obwohl, wir haben keine Kolonie wachen, das heißt... Hm, keine Ahnung. Super, jetzt kriegen wir nochmal wieder ein paar Cobblestone. Ich mein, die werden wir mit Sicherheit gebrauchen. Spoiler Allah! Ja. Ja. Aber... So, jetzt... Müssten wir das hier nur noch irgendwie natürlich kriegen. Super, die habe ich gerade eben alle weggemacht. Warum packe ich die denn jetzt da wieder ran? So, das sieht voll scheiße aus. Aber hey. Das lassen wir jetzt erstmal so. Irgendwann einmal wird das natürlich aussehen, wenn wir uns dran gewöhnt haben. So, dann haben wir hier... Eine kleine Kante. So wie auch hier. Hm, zu Anfang sah es aus, als ob es ziemlich schnell gehen würde. Und jetzt... Kommen wir nicht voran. Aber ihr wisst ja, im Teufel steckt der... Wat? Im Teufel steckt der Detail? Nein, im Detail steckt der Teufel. So rum. So, ich möchte hier nur eben noch irgendwas von wegen Kante oder sowas haben. In der ich dann einfach ganz stumpf runter bauen kann. Ja, ja. Ist ja schon gut. Ups. Ja, das war schlau. Ich sollte nicht in den Daumen immer nur einfach eins drücken. So. Gefällt mir hier noch irgendwie nicht. Jetzt gefällt es mir zwar noch weniger, aber hey. Irgendwie so muss es doch klappen. Ein Erdklumpen, den wir gewonnen haben. Yes. Dieses Let's Play hat wieder einen Sinn. Wir haben einen Erdklumpen bekommen. Uh, hey. Und um nochmal eben irgendwas anderes anzusprechen. Wahrscheinlich werden jetzt immer, ich glaube mittwochs, keine Folgen kommen. Weil ich ja die Folgen momentan drei Tage im Voraus hochlade. Weil ich am Sonntag Livestream wollen würde. Also jede Woche, schön jeden Sonntag Livestream und sowas. In 시청 ja, schon. Und gleich, durch mit, mit, mitño, zu bunt und schlafen? auf Deutsch. Untertitelung des ZDF, 2020